Ich bin seit über 20 Jahren Softwareentwickler bei Kastner und macht es am meisten Spaß mit einem jungen, engagierten Team zu arbeiten, um dieses zu leisten. Als Softwareentwickler der Kastner Gruppe sollte man eins haben, die Freude an der Programmierung und natürlich auch an neuen Technologien interessiert sein. Als Softwareentwickler in der Kastner Gruppe ist man ein echter Problemlöser. Unsere Software kommt bei tausenden Kunden täglich zum Einsatz. Eine Besonderheit in der Kastner Gruppe ist, dass die Softwareentwicklung im Haus passiert. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Die meiste Freude beim Arbeiten in der Kastner Gruppe liegt für mich darin, dass ich immer an neuen Technologien in einem engagierten Team arbeiten kann. Gerade für uns im Lebensmittelgroßhandel ist es wichtig, im digitalen Bereich Pionierarbeit zu leisten und die Nase somit immer vorne zu haben.